hallo und herzlich willkommen zurück zu seven days to die wieder dabei ben scho hallo und er schmeißt wieder sachen weg hier da ist wirklich ein einkaufskorb braucht kein einkaufskorb wo geh schon hin wie es hier geht es runter jemand hier drin ich kann dir nichts garantieren ne ist keiner drin ich sehe zumindest keine aber ich habe noch ein bier wir haben ein bier vergisst das geht ja gar nicht alle halten wir die minzen brauchen wir die tumor um ändern in wie heißt denn in 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 offensiv mittel scrap metal ja wenn wir endlich so ein verkacktes drecksbuch finden würden scheiße hier das die alpha 11 12.4 mittlerweile aber es ist wieder gepächt hat man aber gar nicht durchgelesen was ich glaube waren nur fix ist eigentlich ich habe es mir nicht durchgelesen ja hier ist wieder zombie party na super ja ich kümmer mich drum ich treffe heute mal richtig das sind da los ich bin level 13 hätten wir ruhig sein sollen mit treffer was mir aber gerade auffällt wir sollen nicht hierbleiben es ist tag 6 wir sollten laufen irgendwo hin du weißt tag 6 kommen die hunde angeblich abends ich weiß es nicht oder schon bär ich auch noch da ich richtig ja du musst mich mal dingsen ja was muss ich dich so der der bär kämpft gegen zombies gerade schon unser freund aber ich weiß nicht wie lange das so bleibt ich habe ein buch gefunden das kann ich ja lernen gut gut was für ein buch auch auch dass das und das steht erst mal eingefallen und mit der motion wenn so schwarz ist es ist es gut es ist schwarz und hat oben links so ein komisches kästen heißt es fortbuch auch schon hält ja alleine sofort es ist das was wir die ganze zeit suche aber siehst du das erhält das weiß ich nicht er hört keine ahnung ich kann es ja lernen wieso kannst du es nicht lernen äh all bla bla all that you know soll ich es mal hinhaben vielleicht kannst du es ja warte mal bisschen du warte mal ich muss dich wieder tracken lauf ich mal zu dir oder händliche kannst du es nicht lernen das ist doch scheiße warte mal ich muss das hier noch kurz umwandeln dann habe ich einen platz wieder weil wir müssen eh langsam mal zurück wir können das schon angeblich eine vision das seit 1000 folgen könnte es angeblich ja keine ahnung und die höhe wüsste die man nicht nur aus händen vom kopf keine ahnung was das ist kommen wir laufen jetzt erst mal richtung heimat würde ich sagen weil ihr kein ach auch 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 hilf mir hilf mir alter ein dicker mops geweckt und noch einer kommen wir müssen abhauen hier das wird ekelhaft wir laufen jetzt richtung heimat oder einfach ja da ist ein haus brauchst du medikamente? ne ich hab ich hab alles eigentlich da ich hab noch gebrochene beine ähm hast du noch den? boah ähm splints ja hab ich es gerade gemacht gut alles klar so einfach querfeldein ich hoffe da ist noch irgendwie munition munition ist gut das ist alles von schrott bisschen blümchen sammeln ja ja gut aber so viel auch nicht wir haben eigentlich schon genügend aber wenn wir jetzt eh hier rumlaufen dieses fett ach das fett brauchen wir ja für ich höre überall bären ja ich höre überall bären ja schweinchen ja da ist ein schwein ich weiß aber wir haben keinen platz das ganze schwein mit nennen Könnt man eigentlich über die Schulter hängen, oder? Warte mal, hier, trink mal, wo bist du? Komm mal her, trink mal hier ein Bier. Warum? Weil wir dann Ausdauer haben und schneller rennen können. Ich hab mal Ausdauer bis zum Ende. Ja, aber die bleibt dann auch beim Rennen. Darum geht's. So. Jetzt geht die Ausdauer so schnell nicht weg. Ist eigentlich wie Kaffee, nur kannst du von dem nur eins trinken und dann gibt's negativ. Ey, was ist denn das jetzt? Negative Eigenschaften. Ich hab auch nur noch 21 Pfeile. Was ist denn das? Also ich hab ja... Was hast du denn? Ja, wo bist du? Du weißt ja, was ist das? Äh, irgendein Teil von dem Gewehr. Da ist ein Bär. Oh. Rechts. Und der kommt schon auf mich zu. Na, super. Lass den Bär. Wir rennen. Wir möchten nach Hause. Wir haben keinen Platz mehr, das ist das Problem. Oh, da will man die Wäsche. Ja, rennen. Meine Rüstung, Christiane. Deine Rüstung? Wird auch lustig aussehen, der Bär mit Rüstung. Fällt auch was. Kriegsbär. Hä, die müssen wir genau... Die müssen wir wie bei Ark noch zähmen können. Alter. Und dann die immer auf die Zombies loslassen. Schau mal dran. Ähm, komm, wir laufen querfeldein, nicht über die Straße hier. Ist besser. Ist immer schneller da. So gedacht. Und dann zu Hause probieren wir mal, ob wir das wirklich können. Also irgendwie... Keine Ahnung. Aber die Steine sehen wir noch komisch aus, wo hier so rumstehen. Irgendwie hat da was nicht gepasst, glaube ich, wo sie die Map gebaut haben, die Random. Oder wo die erstellt wurde, ist besser gesagt. Okay, meine Bände sind doch ganz. Gut. Finde ich gut. Oh. Aber nicht wieder irgendwo runterhopfen oder so. Dann passiert mir die wieder. Schweinchen, ich mach dir nix. Mann, hier liegt Kohle und ich muss sie liegen lassen. Das ist doch scheiße. Was ist ein WWE 2K15? Ähm, Westlingsspiel. Robert? Hm, hab's gerückgesehen. Okay. Achso, ich war gestern noch mal online. Nicht? Nein, ich hab keinen Bock. Ja, gut. Weil ich gebe mich ja eigentlich schon nichts mehr an, der Ort. Ja. Ich bin einmal rum, warum ich die Hüten muss und hin und her, weißt du, wenn wir keiner. Wie gesagt, wir gucken, fangen wir von Null an und dann können wir da ein Display zu arg. Weil, alleine habe ich ein paar Folgen gemacht, aber alleine hast du ja gar keine Chance. Nee, du levelst doch nicht so, du hast so nicht so. Ja, du kriegst halt... Aber Level 24 oder so ist sowieso, alleine ist das Schwachsinn. Ich sammle es wie bekloppt. Genau, um irgendwas zu bauen, alleine, Holz, Fiber, dies, das. Da bist du ja nur am Farmen allein die ganze Zeit. Das ist, also alleine ist das Spiel wirklich nichts. Nee, also überhaupt nichts. Außer du hast den ganzen Tag Zeit und dann geht's, aber... Ja, aber... Ja, aber manche machen das, ne? Wissen, genug folgt. Ja, jetzt hat das Bier aufzuwirken. Komm, ich futter mir mal was hier. Und dann sollte ich noch was trinken. Oh, mal noch Wasser habe ich noch dabei. Was sind hier viele Zombies? Das ist aber gut... Oh, da geht's runter. Ähm, ist aber gut, dass wir in Bewegung bleiben. Gerade wegen der Hunde. Ja, ich bin dabei. Ich glaube, so weit sind wir jetzt gar nicht mehr von daheim weg, ne? Nee, nee, das ist unser Biotop, ne? Oh, oh, hier geht's runter. Aufpassen. So, ja. Da ist die kleine Stadt, die vor... Nee, das ist, glaube ich, unsere schon hier. Oh, wir müssen hier wieder säubern. Das ist nicht so geil. Ja. Sind sie jetzt? Ich glaube schon, ich laufe mal weiter, aber... Wenn sie das ist, dann müssen wir hier säubern. Die hat wieder ihre Anfälle hier. Die kranke Schwester. Zu viel von ihrer Tablette genommen, wahrscheinlich. Ja, ich bin auch noch mal links gegangen. Ja, von uns. Ist das unsere? Warte mal, muss man... Oh, ey, man kann immer hier... Man hat auch keine Ruhe, ne? Nee, das ist unsere, das ist unsere. Okay, dann brauchen wir hier auch nicht säubern. Wir laufen hier durch. Jo. Und dann zur nächsten. Die nächste ist unsere. Oberhalb von der her. Alles klar. Dann laufen wir weiter. Ich hab gerade auf die Karte gekocht. Gut. Alter, ja, sind ja viele. Und ich hab gerade keine Ausdauer mehr. Alter. Hier ist irgendwo ein Nest von denen. Ja, da rennen wir gerade mindestens 20 mal her. Schluck noch runter. Ja, dann hauen wir mal ab, ne? Zum Glück sind wir tagsüber schneller. Das hat was. Was war denn das? Ein kleiner und dauerndes Fenster zu. Ja, das ist fürstlich von der Engel. Ich erschreck mich noch, was? Das ist scheiß Spiel und dann kommst du noch. Ja, jetzt, wenn du mal Fenster auf hast, willst du? Ja, klar. Das rasten die hier alle aus. Oh, ich hör schon wieder ein Bär. Hau ab. Ich will nichts von dir. Ganz in den Gälen. Kann ich was verbrauchen? Komm ich hier runter, ohne mir was zu brechen. Sieht so aus gut. Find ich gut. Oh, ruckel, ruckel. Und das ist wieder. Ah, ruckel, du Gott, bei mir bitte. Ja, auf einmal. So. Ich bin schon viel weiter vorne wie ich. Ja, ich, achso. Macht nichts, ich sammle noch ein Nester ein. Ja, ich hab keinen Platz mehr, wie gesagt. Ich muss ja vor. Ich bin bloß wegen Vätern. Ja, wenn ich sie sehe, nehme ich sie auch mit Wadah nicht eins. Also in dem Biopi, oder überhaupt, haben sie noch Probleme, dass die Nester manchmal im Bode verpackt sind, oder rein sind. Sie ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Ja, bei uns auch. Ganze Tag schon. Richtig übel. So, was kann ich jetzt wegschmeißen? Ich brauche Steine. Hier, die Dinger. Brauchst du Steine? Ja, wegen dem... Oh, hier ist auch noch... Wege dem Forge. Aber hier ist auch noch... Warte mal, da muss ich einen Wegpunkt setzen. Hier, das muss ich mir merken. Okay. Oh, hier ist überall Agnès. Hier kriegen wir auf jeden Fall Ton für die... Ähm... Das ist ja richtig viel hier. Okay. Wenn sie da hier gelangt, schafft... Ja. Ich dachte, das ist... Ich dachte, das ist viel weniger geworden als KSW irgendwie. Ganz schöner Berg, oder? Ja. Ich kann mich an das hier gar nicht mehr erinnern. Tup. Boah, Alter, was ist denn die los? Hm, 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 hm. Rauf, runter. Das ist ja wie eine Achterbahn hier, ja. Rauf, runter. Ja, das ist ja nur das Braune Zeug. Ja, das habe ich ja gerade meint. Das ist echt brutal gerade. Riesenloch. Hm. Noch ein paar Steine mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel man braucht für so einen Forge. Ja, lass doch erst mal deine Sicherheit gucken, ob ich es schon kenne. Ja, wenn ich over bin, gucke ich mal. Irgendwie kann ich das nicht glauben. Wir haben doch ganz reichsucht. Wir haben doch nicht beide ein Buch gefunden und das nicht merkt. Und gelernt. Äh, Bullshit. Wie viele Steine habe ich? Ähm, 11. 11 müsste reichen, hoffe ich. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Ah, unsere Stadt... Alla, wie viele Tage does es respawn bei uns? Sieben. Sieben? Ja. Wir haben respawned sieben Tage mal eingestellt. Ach, da ist ja unser Häuschen. So, da muss ich hier ein bisschen säubern. Aber ich habe nur noch 17 Pfeile. Das ist ein bisschen... Aber so viel ist nicht los, zumindest hier. Das ist gut. Och, nö. Wie ich diese Kopfwackele hasse. Jetzt aber... Komm, Headshot. Noch einer. Mann, Mann, Mann. Endlich. Der hat das Essen gut. Oh. Äh. Ey, du, der hat... Irgendwann habe ich noch ein Herz dazu abfügt. Ja, der hat mich ja von ihm ausgeschossen, Alter. Ey, an seinem Kinn vorbei. Ah, meiner. Ja, Level up nice. So, jetzt gehen wir hier rein. Level bist du? Ähm, 13. Wollen wir mal rein? Ähm, musst du aufmachen? Ich habe keinen Platz mehr. Hier, hier ist doch unsere Basis. Muss mal kurz die Dinger hier wegnehmen. Ach, ich würde gar nicht so anderes hätte gehen. Ja, die teile ich doch auch zu, oder? Wollen wir da aufklären? Ähm, nö. Lauf die. Oh. Guck mal hier. Ich glaube, da ist hier jetzt oder was. So, hier. Jetzt können wir hoch und dann mal gucken, ob wir das wirklich gelernt haben. Das probiere ich jetzt mal. So. Forge. Was ist denn das jetzt? Was ist denn ein Bello? What the fuck? Und wir brauchen Clay. Der hat sich ja komplett verändert, wie der gebaut wird. Woher hieß denn jetzt? Hä? Oh, toll. Der heißt. Ganz ehrlich. Den scheiß gesucht und jetzt den kannst du noch. Oh, ich. Wirklich. Der war fast jetzt halt. Sammy. Oh, ich reiche doch nicht hin vom Stamm. Sag mir nicht, dass wir dir die ganze Zeit schon kennen. Sag. Ich. Ich. Oh, ich. Ich muss erst mal ein Stück trinken. Das geht so. Wir haben aber ein ganz anderes Problem. Wir brauchen da ganz viel Lederzeug. Oder Haut halt. Gibt es mal Haut? Da habe ich auch. Ja. Normale als unverarbeitete. Ja. Warte mal, ich tue mal kurz was weg, dann kann ich da mal gucken. Oh, der wird. Der wird. Was ist jetzt? Oh, ganz ehrlich. Mann, ich weiß das doch auch nicht. Wie hieß der? Ähm, Bello. Äh, Forge heißt der Ofen, wo wir brauchen. Gib mal, gib mal das Lederzeug kurz her. Oder die Haut, bitte. Alter, ist dein Ernst? Ja, der geht auch ganz anders. Das waren nur Steine und ein Metallrohr. Bello ist aber. Hast du noch Metallrohr? Ja, das habe ich noch. Na, mal. Ich fortschlepp den Ader. Ja, aber. Sei ruhig, ich sah am besten nichts mehr, Alter. Ganz ehrlich. Ich guck. Nein, das ist doch scheiße. Wie geht das? Du hast immer ein Buch gebraucht. Und außerdem ging das immer ganz anders. So, jetzt müssen wir nämlich so nochmal los. Oh, ist der Ernst? Wir brauchen nämlich Steine. Hätten wir Schlangen gehabt. Und Clay brauchen wir noch. Also, nicht zum Meister, sondern wirklich von den Bergsteinen. Oder vom Untergrundsteinen. Das ist ein bisschen ein Problem jetzt. Ja, geht doch nicht. Ja gut, egal. Auf jeden Fall ist die Folge jetzt erstmal fertig. Ja, ich bin auch fertig, Alter. Mal wieder ein schöner Fail gemacht. Wir suchen sinnvoll in so ein verkacktes Buch. Ich hab dir vertraut, Alter. Das war der Fehler. Ja, ich mach demnächst alles selber, ohne Wissen. Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ich Ioan. Wir sehen uns niece. Wir sehen uns Friendly. Boa書 하고 negative divulgution. Eventbr�ν1. Wir sehen uns Abstab andalen kann. Ich hab und auf заявlen. Wir sehen uns Ab raus. Abley. Und wieder sehen wir das Sammels. Bei dir event. Wir sehen uns sunset. Run, play, bei disagree. Und dragon damit wunderbar. Schui, wie bei dir auch wehst du das rencontre. Sch Tang relevant. Shi-G錯. Vielen Dank.